Hello everybody sexy people da draußen am anderen ende der internet leitung mein name ist lemon von holly jolly christmas willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft soll ich was sagen nennen wir das jetzt wirklich so ich bin schon lange drauf also ich habe am server ein bisschen rum gespielt bedeutet wir haben der service ist immer da und wird nicht nachdem jemand runter ist abgeschalten wie vorher das ist einfach voll useless und welches ressource pack benutzt du ach man das ist total blöd weil ich wollte eigentlich mein haus aus raw marble bauen und weil er ist bei mir so ein richtig schöner weißer stein im soatex das blöde ist im default hat er so schwarze flecken drin das muss im default total hässlich aussehen magst du mir vielleicht verraten wo wir wohnen du kannst da hinten gerne wohnen aber sacram hat hier sein haus gebaut davor ein bisschen genau die gleichen ich werde mich da richtung sumpf ansiedeln das ist schön ein kleines bio wie cool richtig viele pineapple zu haben die kann man essen das blöde ist du musst sie halt nochmal verkraften und dann halt ein solches pineapple ist halt exakt ein halbes hunger folgen ich werde eigentlich gleich wenn ich einen generator dann bau von den 1 von extra utilities machen man kann eben nachschauen wie was kostet der solar generator warum man quaz was ist der teuer holly schützt man braucht es uns völlig einen solar generator einfach mal block of diamond wo schmeiße ich ihn jetzt mein stab und so extra ding kapasite bank ist es einfach mal ein spinnenspawner mit der bilders mond ach wie geil ist das denn was geht denn damit ab ja das ist ultra abfakt jetzt weil ich halt die ganze zeit irgendwie sie wurden unter wasser ich versuche halt so über das wasser zu springen nämlich immer so ein box ich bin ertrunken meine sachen schwimmen gerade in die lava hey was wie soll ich da jemals wieder hin finden und es gibt noch tiefer ich gehe noch tiefer jetzt sagt mir will ich alle meine sachen sind welche alle meine sachen sind welche ich glaube dass ich dir was ja alles was ich hatte cool hey null hunger keulen eineinhalb herzen schlafen ich kann dir was geben so ist ja nicht nein ist ja kein problem ich liege jetzt ja mein bett und essen haben wir ja auch wir sind nicht das problem aber wir haben kein viel mehr das ist jetzt natürlich kacke haben wir einen einmal nehmen aus was kann man denn alles saft machen aus allem oder eigentlich so aus allem was es kommt äh saft ist pams harvestcraft oder ich habe keine ahnung was eine kate war hat ist ähhhhh das war eine scheiß tour das ist einfach gar nichts wirklich ja ich brauch enderpearl und blaze powder theoretisch noch weißt du noch wo das dungeon ist oder war ach äh warst du im dschungel da hinten nein kommt ja da in eine richtung wieso kommst du dann von da hinten her äh weil ich von da kann boah wie geil woher hast denn die wo war nun im dungeon wir haben nur noch äh vier blaze powder und dann haben wir perfekt äh ausgangslage ok aber das machen wir in der nächsten episode so wird so einfach ja ich würde schon noch ein bisschen machen eigentlich es ist noch nicht mal 10 uhr ja aber wir haben schon drei stunden aufgenommen ja und wir schneiden doch alles zusammen also äh es dauert mir zu lange zum schneiden deswegen ach ja ich meine du kannst eine neue folge starten das ist nicht das problem alles zusammen schneiden aber das ist mehr material es ist schon spiel ich würde gerne beenden ja dann beenden du dann bleib ich noch da ist in Ordnung jo cool Leute haha ein dümmste absage einfach ja ein mystic enderman aber gut gehen bin ich auch mal vom first runter what what was zum teufel ist das das nennt sich ein normaler schlafdruck muss nein ähm gottes willen dann bin ich mal raus für heute jo servus du bist eine viewer von dir was ist das für ein schwert ich habe eine mystic wand tschüss ich habe keine ahnung was ein mystic wand macht aber ich habe ihn das ja wenn du dass dieser dich du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020